Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Wie heißt der nochmal? Thanos. Wir haben einen Vorteil. Er kommt zu uns. Wir haben, was Thanos will. Und das nutzen wir. Reden wir kurz über deinen Plan. Können wir schon so machen, aber dann ist's halt kacke. Lieber mach ich den Plan, dann wird das auch was. Wow. Das Ende ist nah. Wenn ich fertig bin, wird noch die halbe Menschheit existieren. Endlich im Gleichgewicht. Wie es sein sollte. Ich hoffe, sie erinnern sich an euch. Ich bin übrigens Peter. Dr. Strange. Oh, ihr benutzt eure Künstlernamen. Dann bin ich Spider-Man. Ich bin der Künstlernamen. 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 Bis zum nächsten Mal.